Für diese Mannekes Wallbox, und zwar handelt es sich hier um die Mannekes Antron Charge Control, gibt es ein neues Firmware-Update. Dieses müsst ihr über eine Web-Oberfläche installieren. Bedeutet, entweder bei euch über Laptop, Tablet oder Smartphone müsst ihr die neue Firmware-Datei draufspielen. Das machen wir jetzt gleich gemeinsam. Ich werde dazu unseren Laptop nutzen. Es ist relativ simpel, aber schauen wir doch gemeinsam, wie das Ganze durchzuführen ist. Es gibt aktuell jetzt die Software-Version 5.2.2.5. Es gibt selbstverständlich auch ein Change-Log dazu, beziehungsweise Release-Notes. Die können wir jetzt hier gerade sehen. Antron Charge Control kann jetzt auch über OCPP und Ethernet an ein Backend angebunden werden. Ein EV-Optimizer-Adapter für den P1-Port als zusätzlichen externen Zähler aufgenommen. Und Verbesserungen gibt es noch dazu. Ich verlinke euch selbstverständlich diese Seite hier in der Videobeschreibung. Aber was müsst ihr denn jetzt tun? Ihr müsst jetzt bei euch auf die Web-Oberfläche gehen zur Wallbox. Falls ihr nicht wisst, wo ihr die IP-Adresse herbekommt. Wir haben zum Beispiel eine Fritzbox. Dort könnt ihr reingehen und dort wird nachher, wenn ihr im Netzwerk verbunden seid, mit eurer Mannekes-Wallbox die IP-Adresse angezeigt. Diese gebt ihr oben ein in den Browser. Und dann sollte dieses folgende Fenster erscheinen. Ganz wichtig, ihr müsst euch anmelden als Operator. Die Zugangsdaten dafür habt ihr bei euch in den Unterlagen erhalten. In der Regel, zumindest bei mir, waren sie mit dabei. Das machen wir dann auch. Und so sieht dann die Oberfläche aus. Wichtig ist, als User selber könnt ihr keine Firmware installieren. Ihr müsst euch tatsächlich als Operator anmelden. Was müsst ihr aber natürlich noch vorher tun? Ihr müsst euch hier diese DEB-Datei herunterladen. Das Ganze habe ich selbstverständlich schon getan. Das sehen wir jetzt hier. Hier habe ich die Version 5.22.5 mit der Endung DEB heruntergeladen. Jetzt sind wir wieder auf der Konfigurationsseite der Wallbox. Hier müsst ihr jetzt gehen auf System. Hier könnt ihr jetzt ganz nach unten springen auf Eichrecht, wie ihr unten seht. Und dann haben wir hier unten schon den Punkt Firmwareaktualisierung. Hier gehen wir jetzt auf Datei auswählen. Jetzt öffnet sich das entsprechende Fenster. Hier habe ich das bei mir abgelegt unter Autos. Dann unter Wallboxen. Amtron Charge Control. Und ich ziehe das Fenster mal runter. Hier die aktuelle neue Firmware. Ich habe jetzt installiert 5.22.4. Jetzt wird die 5.22.5 installiert. Gehen wir drauf. Gehen wir auf Öffnen. Jetzt ist die Datei schon hochgeladen. Und jetzt gehen wir hier auf Upload und Installieren. Der Uploading Prozess läuft auf die Wallbox entsprechend. Es ist jetzt 23.54 Uhr. Schauen wir doch mal, wie lange das Ganze dauert. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Video-Wünsche habt zur Mannekes Wallbox oder auch zu meiner zweiten Wallbox, der Spezberg Smart Pro. Eine sehr interessante Wallbox, welche sogar Plug-and-Charge kann. Schaut doch mal auf einem Kanal. Da gibt es noch ein sehr interessantes Video dazu. Ich teste gerne auch eure Fahrzeuge, ob diese Plug-and-Charge fähig sind an der Spezberg Wallbox. Wir sind jetzt wieder auf der Web-Oberfläche. Schauen wir doch mal nach, ob wir jetzt auf dem Stand 5.22.5 sind. Melden wir uns wieder an als Operator. System. Und hier oben können wir schon sehen, Anwendungsversion 5.22.5 minus 13.500. Bedeutet, das Firmware-Update war erfolgreich. Und nun euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mal auf meinem Kanal reinschaut. Bis zum nächsten Video. Euer Mario.